Bitte schick mir jetzt nachgeschworen, ey, doch sein, danke. Hey. Hä? Danke für den Zap, Kuss, was war das? Bitte schick mir jetzt nachgeschworen, ey, doch sein, danke. Alter. Woher kenn ich die Stimme? Woher kenn ich die? Hey, ich hab mein Bestes gegeben, damit dieses Video safe ist. Für Streamer, packt eure Facecam unten rechts hin. Für Basti, mach einfach so wie immer. Oh. Nee, also wegen Basti.g.g. Vielleicht Basti, ich find Basti.g.g. so geil. Basti.g.g. soll sich auf meinen Minecraft-Dick setzen. Und Kevin? Fahr nicht mitten in der Nacht in Brandenburger Wälder. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, könnt ihr das über mein Community-Siscord machen. Link ist unten in der Beschreibung oder über mein Twitter. Ad Moim mit Deppin. Ad Moim mit Deppin. Ad Moim mit Deppin. Und ja, enjoy. Was ist die höchste Baumart auf der Welt? Bananenbaum, oder? Hörst du dir so? Sieht einfach aus, als wenn ich einen Toparm hab. Oh, ist das geil. Hallo, ich bin's, die Marcella. So, das ist dieses Pokémon? Dieser schwarze Katzen-Hund-Klings? Ja, Lama oder so. Lama? Alter, Max, was soll das? Warum mach ich das Portal nochmal so? Hä? Wann hab ich das letzte Mal Fortnite gespielt? War auf jeden Fall. Wann war das? Dicke, was ist das mit dem Kameramann? Timo, können wir auch mal so Shots machen, Dicke? Einfach ehrlich. Letzte Woche hab ich Fortnite gespielt. What the fuck? Okay, Junge. Okay. Lass dich nicht beirren, Bro. Erzähl ruhig weiter. Erzähl. Erzähl ruhig. Ich wurde noch nie so sehr von Kinder gefickt. Was? Was? Was hat er gesagt? Max, was? Ich wurde noch nie so sehr von Kinder gefickt. Hey, guck mal, jetzt Shisha-Bar macht auf, da kommen sie direkt. Diese, okay? Nurgün, komm! Auf. Auf, Nurgün, du hast noch... Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, die hat heftiger geschossen als Papa Platte. Schau mal, was für ein krankes Display Travis in seiner Wohnung hängen hat. Sie. Was ist denn falsch mit euch, Junge? So. Naja, wer weiß. Vielleicht kommt ja jemand zurück und sammelt die wieder ein. Jetzt kommt bestimmt jemand und sucht die. Aber die fühlt sich so ein bisschen schleimig an. What the fuck? Das ist meine Unterhose. Ich bin schiffbrüchig. Oh, Benga. Uh. Uh. Ahoy. Oh. Schiffbrüchig. Oh, Benga. Junge, wie seriös er das durchzieht. Ja. Ich wünsche, du würdest seriöser meine... Äh, ja. Komm, schau's auf. Komplette Gagverkack. Ich wollte nur sagen, ich hoffe, wir... Äh, Mann! Wenn der Mond so hell leuchtet, ist das einfach der Klimawandel. Was? Wie ist die Erderwärmung auf dem Mond? Ist doch auch schon richtig heiß da oben geworden, oder? Bitte, Sascha, einmal. Sag mal, Max bitte ganz toll. Warum nicht? Und bitte, Sascha einmal. Oh! Hey! Hey! Oh, die Schild! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid. Alter, es war sauber. Es hat mir Blutthilf. Habt ihr das gesehen, mein Sascha? Oh, mein Gott! Oh, was? Oh, mein Gott! Cola! Holy shit, Cola! 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 Ah! 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 Oh, Junge! Okay, warte! Ey, lass erst... Wie soll ich... Wie soll ich jemals eine Frau in meinem Leben finden, wenn ich mit 28 sowas noch mache, Alter? Ah, warte, warte! Warte, warte! Ich krieg's! Zieh! 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 Das tat so weh, Mann! Das tat so weh, holy shit, Alter! Hä? Okay! Was? Ah! Ah! Ja, Alter! Sind Höhlenmalereien einfach moderne Fälschungen mit dem Ziel, die Evolutionstheorie als Fakt zu etablieren...? Mann, Dicke! Aber du kannst doch nicht auf der ganzen Welt 8 Millionen Menschen, oder wieviel sind wir 7 Millionen i Menschen tricken, Alter! Da. Kevin? Ach, Schwanz. Das war, das sprechen sie nur auf Brasilien, weil es, äh... Wir haben einfach Domo entführt. Alter, wie unfair. Ich hab den Joke gemacht und am Martin einfach gestealt. Schade. Domo macht einfach Urlaub. Prost. Wir haben keine Tomate. Ich war zu faul an den jetzt aufzuschneiden. Hey, willst du was? Ey, nee, Digga. Jetzt mal ganz ehrlich, Chad. Glaubt ihr, Deutschland wird Europa-Weltmeister? Chad, kennt ihr diese Leute, die das hier machen? Was für ein Wichser. Der Hof ist nämlich von 1645. Alter. 1645? Da war Monte erst 10. Was hab ich denn? Hab ich hier Sonnenbrand? Zeig mal. Ah! Digga, ganz entspanntes 7 Kilo zugenommen. Wer wohnt denn nacheinander aus ganz tiefem Meer? Was? 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 Hey Digga, mein Ding ist den ganzen Tag schon viel beklangt. Das war wirklich ein Problem. Wir hatten über die kleinen Schwänze die ganze Zeit auf Mykonos. Jetzt in Deutschland ist der wieder viel größer. Keine Ahnung. Das ist die ganze Zeit. Was ist die ganze Zeit? Das ist nicht alles. HmbP. In den Händen? Oh! ist hier laut hier findest du krass wenn du dich mit dem fahrrad fahrer unterhält den autofahrer die größten idioten wenn ich mit aber einem wenn ich mit dem fahrrad fahrer unterhält den autofahrer die größten idioten also es ist einfach krieg zwischen zwei parteien man junge glaubt ihr nicht dass es mir auch von würde ich mein shirt falsch rum an und stream das ist fashion honey look it up das ist normal so wenn ich es umdrehen würde so die nähte sind immer noch so antonio warum ich das nächste mal sehe hau ich da so eine rein ich habe eine frage wenn ich youtube schaue spule ich bei den langweiligen stellen immer vor seit kurzem schaue ich live streams und da geht das nicht ist mein pc dafür zu langsam oder was ist da los was er muss mal mehr Was, was, was?